Herzlich Willkommen in der Cider World. Ich bin Michael Stöckel und freue mich sehr, dass wir heute zusammen drei Top Produkte aus Frankfurt am Main verkosten können. Im August 2020 haben wir für jedes dieser Produkte während der Cider World Online ein Video gedreht mit Gästen in verschiedenen Locations. Im ersten Video verkosten wir zusammen mit Frank Winkler im Lorzbacher Tal den Roten Adam Selektion Altes Land. Einen roséfarbenen Apfelwein, der aus rotfleischigen Äpfeln gekeldert wurde. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind jetzt in Sachsenhausen und haben was roséfarbenes im Glas und zwar den Roten Adam. Wunderbar. Um nicht zu sagen, endlich. Ja, ich würde sagen, mein Freund Harald macht einen wunderbaren Rosé-Apfelwein. Den macht er aus rotfleischigen Äpfeln. Das ist ja etwas, was viele gar nicht wissen. Es gibt Apfelsorten, die, wenn man die in der Mitte durchschneidet, haben die rotes Fleisch. Und die meisten Rosés, die man so bekommt als Apfelwein, sind gefärbt. Also gefärbt im Sinne, sie sind mit Johannisbeersaft rot gefärbt oder mit anderen roten Beeren. Und sie sind auch oft, um es mal hessisch zu sagen, ein bisschen babbisch. Ja. Weil da auch sehr viel Süße mit dabei ist. Und das hier ist halt ein wirklich echter Rosé aus rotfleischigen Äpfeln. In dem Fall sind das Äpfel, die heißen Weih-Rouge und die kommen hier aus dem alten Land in der Nähe von Hamburg. Altes Land in Apfelregionen, wo man eigentlich mehr Tafelobst herbekommt als Apfelweine. Ja, und unser Freund Harald hat sich irgendwann auf die Suche begeben und hat jetzt offensichtlich das Monopol für sämtliche rotfleischigen Apfel-Anbauten in Deutschland. Auf jeden Fall macht er immer eine Tour und fährt dann ins alte Land und im Kaiserstuhl und an anderen Stellen auch noch und kauft dort alles, was nicht nid- und nagelfest ist, an rotfleischigen Äpfeln und macht daraus diesen fantastischen, wunderbaren Rosé. Ich muss den jetzt probieren. Also Manufaktur Apfeltraum nennt er sein Unternehmen, Harald Nolte. Und das ist der Rote Adam. Ja, da kann man mal sehen, was man auf seine alten Tage, wenn man Rechtsanwalt und Notar war, anstelle von Papa Ante Portas auch noch machen kann. Man kann nämlich tollen Apfelwein machen und viele Menschen damit froh gestimmen. Und das ist ein wunderbares Topfchen. Ja, man sieht hier so ein ganz zartes Lachsfarben im Glas. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr möglich, weil die Farbpigmente in den Äpfeln, auch wenn sie rot sind im Fleisch, nicht so zahlreich sind wie jetzt bei dunklen Beeren, also bei Trauben. Und dann kommt also hier wirklich dieses helle Lachsfarben, was wirklich schön im Glas steht. Die Nase, die ist wirklich ganz elegant. Sie hat sowas Nussiges, Fruchtiges auch. Das ist ein wunderbarer Apfelwein. Und den servieren wir sehr gerne. Auch zum Beispiel, der geht wunderbar zur grünen Soße. Also nicht nur farblich, sondern auch geschmacklich. Und also er macht das schön zu rotem Fleisch, geht ja auch gut. Ist wunderbar, also schönes Steak und dann so ein Fläschchen. Ich finde das so ein richtiger Nasenwein. Also ich mag die Nase richtig von dem. Und die Farbe ist einfach sensationell. Was ganz elegantes, da wären wir auch wieder beim Thema Verkostungen. Also sowas könnte man auch mal so heimlich in eine Rosé verkostet und in Sachen Traubenwein mal reinschmuggeln und mal gucken, was die Sommeliers dazu sagen. Das finde ich immer spannend. Und wenn man nicht genau hinguckt, würde man das ja gar nicht für ein Apfelwein halten. Es ist einfach von der Ausstattung her einfach edel. Es ist wie ein Traubenwein. Toll gemacht. Es ist eine durchgängige Linie und wir finden, das ist einfach ein tolles Weinchen auch. Den kann man auch mal so auf der Terrasse trinken, ohne was dazu zu essen. Oder ein paar kleine Tapas dazu oder wie auch immer. Kleinen Salat. Der Harald Nollte hat ja mit dem Wein, glaube ich, auch einen guten Preis gewonnen. Er hat ja beim Cider World Award den schon eingestellt und ist da gut bewertet worden. Das alte Land, also die Selektion Altes Land hat Gold beim Cider World Award gewonnen. Also das ist er auch wert, weil das ist ein wirklich elegantes Treffchen. Darauf trinken wir jetzt nochmal. Prost. Prost. Immer wieder schön. Fantastisch. Ich hoffe, der Rote Adam hat euch genauso gut geschmeckt wie mir. Jetzt sind wir in der Apfelweinhandlung Jens Becker in Frankfurt am Main-Sachsenhausen. Dort probieren wir zusammen mit Robert Theowald Streuobstwiese 2019, gekeltert von Jens Becker höchstpersönlich. Ich hoffe, er schmeckt euch genauso gut wie der Rote Adam. Ganz spannendes Thema, was der Jens hier macht mit der Apfelweinhandlung, in der wir heute auch zu Gast sind. Er hat vor vielen Jahren angefangen, auch seine eigene Linie zu produzieren mit dem Label JB, Jens Becker. Und wir haben hier heute zum Probieren die Streuobstwiese aus dem Jahrgang 2019. Die Streuobstwiese ist eine Cuvée aus zwei verschiedenen Apfelweinen und die ist deshalb so kreiert, dass sie jedes Jahr ähnlich schmecken soll wie ein, ich vergleiche es mal mit einem Cognac. Wenn Sie einen Cognac nehmen aus einem großen Cognac-Haus, der schmeckt immer jedes Jahr gleich. Das wird halt immer über Cuvées geregelt. Das heißt, es gibt verschiedene Fässer, die so lange miteinander verschnitten werden oder der Gestalt miteinander verschnitten werden, dass immer ein ähnlicher Geschmack dabei rauskommt. Nie der gleiche, aber doch immer ein kontinuierlich ähnlicher Geschmack. Und so ist das Prinzip auch bei der Streuobstwiese. Der Jens Becker baut dazu zwei Weine aus. Zum einen eine Goldpamele, die er sortenrein ausbaut, aber nicht durchgären lässt. Das heißt, die hat also Restsüße. Er stoppt die Gärung mit runterkühlen, weil ich weiß. Und das heißt, die Gärung ist gestoppt. Die Hefe wird nicht komplett den ganzen Zucker vergären. Es bleibt also Restsüße zurück. Auf der anderen Seite produziert er dann in seinem Keller einen Apfelwein aus acht verschiedenen alten Streuobstwiesensorten. Darunter auch einen sogenannten Holzapfel oder Wildling. Wildlinge sind keine veredelten Apfelsorten, wie man das kennt von Tafel- oder Streuobst oder Kälterobst. Man nennt also eben Reiser, Edelreiser und tropft die auf Unterlackstämme auf und vermehrt sie dadurch und hat immer die gleiche Sorte auf den Bäumen, die man haben will. Sondern das ist aus einem Kern, aus einem Sämling gezogener Apfelbaum. Wildgewachsen, Zufalls-Sämling, wenn man so will. Es bedarf eventuell einer Erklärung. Eventuell, weil man könnte der Meinung sein, dass, wenn ich jetzt einen Bosskopf habe, einen wunderschönen, vielleicht sogar noch einen roten Bosskopf, süß, zuckerstark, Fruchtsäure, alles da. Aber die Kerne, wenn ich die jetzt einpflanze, wird mitnichten daraus, also es wäre ein wahnsinniger Zufall, wenn daraus jetzt wieder ein roter Bosskopf stehen würde. Sondern, wie du eben schon gesagt hast, ein Wildapfel. Das heißt, diese Sorten, diese Sorten von Apfelbäumen, die bedürfen tatsächlich der Pflege. Dafür sind Baumzüchter eben da, um eben diese Veredelung, so wie du es gesagt hast, Reißer, Aufropfen und so weiter, damit eben daraus ein roter Bosskopf entsteht. Normalerweise entsteht eben aus Kern, wenn man den einpflanzt, ein Wildapfel. Der eben durchaus Noten hat, die man mögen kann, aber die hier natürlich für einen Apfelwein nochmal ein ganz anderes Ding bedeuten. Unter Umständen sehr gerbstoffstark. Ich lasse mich überraschen. Ja, das ist wahrscheinlich auch die Idee, die dahinter liegt, dass man auf der einen Seite diesen restsüße Goldpamene hat, auf der anderen Seite diesen durchgegorenen, klassischen, aus alten Streuobstwiesen und inklusive dieser Wildobstart, Wildapfelart, so eine Cuvée macht, dass es halt eben immer in einer Balance hinterher in der Flasche ist, die gewollt ist. Also die dann auch immer jedes Jahr ähnlich schmeckt. Das heißt, die Goldpamene bringt süße, frische Frucht mit und die andere Cuvée-Hälfte sozusagen oder Anteil bringt eben den Gerbstoff, die Struktur, die Komplexität mit. Und das ist natürlich ein spannendes Verfahren, was wir hier in diesem Produkt haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es denn ausschmeckt. Das ist gut, endlich. Gucken oder auch probieren. Erstmal schauen. Erstmal schauen und hier auch wieder ganz kurz und prägnant, richtig goldgelb wie Apfelwein sein muss. Tatsächlich, ja, ist ein Traum. Goldpamene ist drin. Wenn man das jetzt also jetzt hier optisch dargestellt sieht, ist es wirklich schön. Wobei auch die Goldpamene oftmals dafür sorgt für, nach meinem Geschmack und nach meiner Erfahrung, für so einen honigartigen Abgang. Honigartig. Goldpamene, kann man noch was zu sagen, ist eigentlich eine Sorte, die aus Frankreich stammt und dort Rende Renette heißt. Die Königin der Renetten. Renetten sind uralte, kleinwüchsige Apfelsorten, die ziemlich in Vergessenheit geraten sind. Gibt es hier kaum noch auf den Märkten, im Supermarkt schon gar nicht. Leider. Und man hat sie früher bei Hofe gereicht auf großen Tabletts geschnitten sozusagen und hat sie mit der Hand gegessen und hat das Goldpamene, also mit der Hand, Parmene, französisch, mit der Hand, hat man die gegessen. Und eigentlich eine Tafelobstsorte. Daher kommt der Name, ist eingedeutscht worden, Goldpamene. Michael, ich bedanke mich. Wieder, ich sag mal, wieder was gelernt. Sehr elegant. Ja, das ist immer beeindruckend. Man bekennt ihn ja schon, wenn man den schon ein paar Mal getrunken hat, aber wenn man zum ersten Mal trinkt, denkt man, ey, wow. Er hat letztendlich genau das, wie du es vorher schon beschrieben hast, wie es denn sein könnte. Er hat die Eleganz, die Süße, gerade im Bouquet der Goldpamene, und hat eben den Körper durch die alten Apfelsorten. Eine unglaublich tolle Balance. Also im Duft wirklich sehr reintönig, ganz frische, elegante Apfelaromen, was Nussiges auch irgendwie. Dein Einwurf mit Honig hat mich natürlich etwas beeinflusst, aber auch das lässt sich hier irgendwo, diese opulente Süße, die irgendwo da entgegenspringt. Und dann am Gaumen hat er eine frische, belebende Säure, aber nicht zu stark. Er ist sehr, sehr, sehr eingebunden, die Säure. Und eine unglaublich schöne Länge, die aber erst nach einem Moment kommt. Also nicht direkt da ist, diese Gerbstoffnote, sondern erst, wenn man ihn länger im Mund hat oder hatte. Also er ist nicht zu dominant. Der Gerbstoff ist nicht dominant, er legt sich quasi unten, so im Mund ab. Das heißt, so vom Empfinden her, man hat erst so ein bisschen Süße auf der Zunge, dann legt sich so langsam die Säure drüber und dann mit einem sehr langen Nachhall einfach die sehr angenehme, astringierende Gerbstoffnote. Also das ist wirklich ein Erlebnis. Ganz wunderbar. Also ist beeindruckend. Jetzt sind wir ein Haus weitergezogen und sind in der Affentorschenke am Affentorplatz in Frankfurt-Sachsenhausen. Dort probieren wir zusammen Alexander Nölls fantastischen Pfirsé. Das ist ein Apfelsäckow, der mit Weinbergpfirsich veredelt wurde. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem letzten Produkt. Vielen Dank. Aber du hast uns ja heute den Pfirsé mitgebracht. Richtig, ja genau. Und der ist schon so richtig schön zart, Lachsfarben im Glas. Erzähl mal was zum Pfirsé. Was ist die Idee, die du da mit diesem Produkt gemacht hast? Ja, auch da wieder eine Weiterentwicklung. Wir haben natürlich unseren klassischen Apfelsäckow, unseren Apfelperlwein. Und da war natürlich schon immer die Idee gewesen, wir müssen aus dem Apfelperlwein, da muss man eine Produktvarianz machen, weil der Apfel paart sich unheimlich gut mit verschiedenen Früchten halt auch. Und dadurch haben wir eine schöne Kombination. Auf dem Markt gibt es natürlich relativ große Vielfalt mit Weiler auch schon in verschiedenen Variationen, auch mit Johannesbär. Wir haben uns gedacht gehabt, wir müssen das jetzt nicht nachmachen. Wir haben, also aus der Ausbildung heraus, haben wir schon verschiedene Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Früchten. Und da war mir der Pfirsich schon immer im Auge gesessen. Jetzt haben wir aber hier nicht den klassischen Pfirsich genommen, sondern wir haben den roten Weinbergpfirsich genommen für die Kombination aus Apfelperlwein. Hat den Hintergrund, dass der rote Weinbergpfirsich nicht so seifig ist und auch nicht zu süß ist, sondern der bringt eher eine Herbe mit und der bringt eine wunderschöne rote Farbe mit. Das ist toll. Da erinnere ich mich ganz dunkel an die 80er, 90er Jahre, wo ich angefangen habe mit Gastronomie. Da gab es damals ein Trendprodukt, das hieß dann Kier-Pecher. Kier-Pecher. Also mit einem, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, ihr werdet mir wahrscheinlich dann korrigieren, wenn es das nicht ist. Kier ist ja, oder Kier Royale kennt man ja, das ist Champagner mit Creme de Cassis, also schwarzen Johannisbeer-Likör versetzt oder aufgefüllt. Und da ist ein Weinbergpfirsich-Likör drin. Könnte man das, die Idee da so vermengen? Aber es ist ja kein Likör. Der ist kein Likör. Wenn wir jetzt Likör reingemacht hätten, wäre das schwierig zu verkaufen, weil man eigentlich in Getränke keinen hochprozentigen Alkohol einfach reinschütten kann, das einfach so verkaufen kann. Deswegen haben wir auch einfach den Saft genommen, das Weinbergpfirsich. Und wenn wir jetzt auch ein Likör genommen hätten, dann wäre das wieder so hochprozentig und das wäre nicht so ein leichtes, schönes, lockeres Sommergetränk, was man einfach schön auf der Terrasse trinken kann. Das soll jetzt eigentlich auch sein. Schön, leicht, locker, fruchtig, nicht zu süß. Wir sind zwar halbtrocken, steht zwar unten drauf, allerdings sind wir an der untersten Grenze des Halbtrockenens, sodass wir ein schönes Zuckersäure-Verhältnis im Produkt haben. Wir sollten das jetzt probieren, weil die haben bestimmt schon alle die Gläser leer. So lange wie wir jetzt da drüber philosophieren. Wahrscheinlich, genau. Dann lasst es euch schmecken und sagt mal, was ihr denkt. Wow, der zergeht dir auf der Zunge. Schmeckt er dir? Marius, den musst du nachher auch mal probieren. Marius, unser Kameramann, der probiert hier und da auch mal einen Apfelwein. Ja, es ist fantastisch, oder? Ich würde natürlich, ich würde, es ist natürlich schwierig. Er müsste jetzt sein eigenes Produkt in den Ofen, das mache ich lieber selbst. Ich bin natürlich davon überzeugt, aber ich bin natürlich gerne, immer auch von externer Meinung gerne, lasse mich gerne überzeugen, wie euch das Produkt schmeckt. Also was ich hier finde ist, er hat tatsächlich diese tolle Pfirsichnote, aber eben auch frische, fruchtige, vollreife Apfelnoten. Das ist also eine ganz tolle Kombination in der Nase. Ganz zu schweigen von diesem wirklich ganz, 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 ganz zartlachsfarbenen Farbton, der wirklich elegant im Glas steht. Und ich finde auch hier noch etwas leichter und noch etwas eingebundener, die Kohlensäure im Vergleich zu dem aus Südtirol eben davor, haben wir jetzt eine wirklich schmeichelnde Perlage, die gepaart ist mit dieser schönen Restsüße des halbtrockenen Schaumweins hier. Das legt sich wunderbar über die Zunge, ohne dass es klebrig wird. Also manchmal sind ja Getränke auch zu süß und wirken dann klebrig oder wie man hier in Frankfurt sagt, babbisch. Ich wollte es gerade sagen, babbisch sagt man ganz gerne hier in Frankfurt. Und da haben wir jetzt wirklich eine sehr ausgewogene Balance zwischen der Süße, der Säure, die noch im Getränk ist und auch einen leichten Bitterton, der sich natürlich bei so Steinobstgeschichten auch immer wieder spiegelt. Das ist einmal der Steinobstgeschichten, der Weinbergfelsich hat auch da wieder viele Gerbstoffanteile und aber auch, wir nehmen hier für den Grundwein, für den Apfelpaarwein, nehmen wir auch hier wieder Sträubstwiesenäpfel, die einfach eine gewisse Charakteristik haben und dadurch kommt natürlich auch die leichte Gerbstoffnote hinten raus. Das schmeckt man direkt, ja und das heißt, also er ist von vorne bis hinten, legt er sich einfach wunderbar über den Gaumen, das heißt vorne die Süße, die Säure spielt, dann wird der Kohlensäure und hinten raus eine tolle Länge. Vielen Dank für das Produkt, das du uns mitgebracht hast. Nicht zu danken, immer wieder gerne. IchGOE